also muss man sagen ist ist halt so läuft der schinken läuft da läuft der schinken aber der rollt nicht der läuft mit füßen schinken da bin ich stolz auf schinken alter ich habe wir hatten letzten so einen ganzen block und wir haben so wir haben den einfach aufgegriffen gesten komplett weg habt ihr den so gegessen also ohne runterschneiden ja schon mit runterschneiden nee wir saßen einmal am tisch jeder durfte immer einmal weißen brot daneben brauchen wir sind sie das schmeckt er nicht wollte drauf jetzt tobe deiner heiligem akryl was ist denn jetzt mit dem alle lindischen und ach komm hör auf summer's heizen jetzt komplett deppert oder was ich glaube da muss ich mal meine antennen spitzen schwarzi was ist denn heute los mit ihr ja der schwarze da ist komplett komplette explosion ich weiß nicht was mit dem schwarze passiert aber der schwarze der ist natürlich die ganze zeit am marschieren alida spielt im gegner team jetzt wird interessant tobi mach mal kurz da den angriff tut mir leid aber das gibt klatsche kann ich nichts für ja schwarz ich lese das nachher auf jeden fall danke schon mal wollen wir haben zerstört ich war es drin gefährlich 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 der kommt als lupfer runter macht er nicht ja ja ganz ruhig was hier los und nein bin ich nicht berührt hätte ja 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 wohl dauerlos schwarzi plus grüße gehen raus nicht da oben ist da oben ist dabei ist noch da bald ja ins frankenland muss der frankenland höchst am da ist natürlich meine chance ja alina blöd gelaufen ja doof schlecht scheiße aber nichts kann war das war ganz knapp alter und nice tobi du bist so mal falsch gefahren ficken das ist jetzt aber nicht gut oh nice safe weiß ja aber die ganze hand die zusammen und dann safe auch dicker was fasst mich doch nicht an man das bruder was er denn jetzt so offen oder wir stehen aber eine gute vorlage krass 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 wahnsinn ach leckt mich doch der komische text da immer dazwischen ballade tobi lass mal bald partie spielen man ich habe letztens war mit der community gespielt dass wir das ist leine ja man das ist richtig geil der modus aber ja wohl der ist heiß der brindern der brindt der brindt aber auch nicht nur oder hinten Wahnsinn. Guck mal, der Hund, der mattkopf, weil Alina okay. Diese Alert, ja man, der Alert, der f*** dich. Was? Boah. Also. Hunde. Wie sprichst du mit deinem Chat, Tobi? Was ist los mit dir, ey? Ne, der Alert. Ich hab so komisches Lachen, so ein creepy Lachen, als äh... Freyawnice, Alter. Geil gemacht, Alter. Er kriegt's nicht hin. Er kriegt's nicht hin. Ich auch nicht. Hm. Ja. Oh, ja. Oh, Tobi. Deiner. Ja, Tobi. Ja. Oh, ja. Schön. Ach, Mann. Safe. Hey, Korin, du bist raus? Was? Nein. Hä? Da oben steht Korin ja das Team verlassen. Was? Bist du fällig? Steht bei mir da oben. Jetzt sei nicht, dass du jetzt ausfliegst, Alter. Nee. Nee. Frames sind nicht gedroppt und nix. Du bist auch immer bei mir noch drin. Ja. Geil, Tobi. Sober. Hä? Hat die Adalina gerade Runde geschrieben? Ja, keine Ahnung, aber das ist eigentlich nicht die Adalina. Das ist aber gruselig jetzt, ne? Aber sehr. Hm. Komisch. Egal. Noch vier Tore macht. Sollte bestimmt eine Beleidigung sein. Ja, wahrscheinlich echt. Komm mal auf, weil ich ja, ne? Das ist nicht so. Das ist doch und so. Digga. Oh. 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 tobi schlägt weg jetzt ein milkshake also hast mich doch mal nicht an ich wäre voll dabei also bei dem milkshake oh wie der hüpft noch mal auf ja ja tobi ja obi abfahrt geiler flug oder ja genau ja jetzt ist es soweit warte 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 ja die einfache bälle kriegt sie natürlich immer alle ich liege auf dem rücken so eine schildkröte ja umdrehen kommen tobi jetzt fass mich doch mal nicht an da die ganze zeit auch tobi warte mal jetzt das wenn da ist gewiesene ja tobi 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 ja ist so nice gemein parken ah ja aufgabe das schmeckt ab da buchst du hudern und nice alter der banner sieht gerade mal so scheiße aus silber 4 3 3 schmeckt kevin du bist hässlich ok also ich geh doch aus ich wollte gerade schreiben und ihr habt gequittet lauch ja da hat alina mal kurz eine ansage gemacht das ist natürlich schmerzvoll aber warte mal wir sollten ja eine neue gruppe machen glaube ich ne du bist auch in meiner gruppe ne alles gut alles gut alles krass ist die sieht halt auf dem bild halt auch wirklich so aus wie alina das ist ein bisschen unheimlich das ist nicht gewesen das weiß ich das schläft auch alina sein also die schreibt ja auch mal öfter sowas ne also hunde kevin du bist hässlich ich heiße auch alina und fühle mich die ganze zeit angesprochen das ist natürlich dann auch schwierig ne was ich auch oft habe ist wenn wenn ich den stream an habe und die kranklisten spiel wurde geschlossen null ganz komisch ich glaube wir machen noch mal eine neue lobby auf toby ja das glaube ich auch warte warte so ich kicke dich mal kurz hä hä bist du ja in den club in den waffeln zum körper ja auch mal mal immer an da da ich ein klubmitglied so hat er gut gemacht kann ich bin mal die gruppe verlassen ich bin schon raus aus der gruppe glaube ich helfe ich kann die mal einladen dann habe ich mal ein jogei tobi da bin ich doch glatt dabei alter grüße aus kapstadt ja du kannst keine gruppe beitreten weil du schon ich werde mal mein jetzt hier private spiel spiel erstellen super läuft ich starte ich starte mal neu ja ich auch aufs eigen leben tobi oh gott ich hätte einfach nur daneben wie spielst du ohne ballkamera wie tv ich wünsche doch immer hin und her leute ja der leeroy da wird geschwischt entschuldigung kurze pause wir müssen kurz einmal durchatmen es kann passieren ich verspreche ihnen wir werden schnellstmöglich wieder bei ihnen sein in einer neuen runde bei rocket league meine damen und herren ich bin wieder in game drin also in game bin ich wieder drin tobi hier bin schön einmal für mich danke da können wir sofort suchen wenn du jetzt hier reinkommst ne alle starten krass kreier doch tobi komm rein jetzt komm wir sind seriös hey wieso startet das spiel denn jetzt nicht ganz ruhig tobi er rasch gleich aus also bei mir sieht es so aus da steht es zumindest auf steam dass du schon rocket league spielst ne ja blöd gelaufen ne eh warte mal der startet das spiel jetzt nicht mehr warte mal ah ja ach hm wann haben wir denn hier ich will mal starten aber er startet nicht ja dann bane doch nochmal guck mal den task manager oder so man tobi das läuft dann nicht das ist doch scheiß bane masin vielleicht kurz oder so jetzt spielst du rocket league bei mir ok jetzt steht wieder ausgeführt ja warte vielleicht kommt es gleich tobi warte synchronisierung läuft und dann geht es wieder aus hä jumei wusste ich es jetzt wo ist denn dies also ich verstehe es jetzt auch nicht ne das wird ja hoffentlich wird gestartet hoffentlich wird gestartet von tobi nato so so was haben wir denn hier schönes mr dna ja oh der ist ja süß muss ich steam neu starten oder was wahrscheinlich oh ich will den ich will den donut haben guck mal der der mampft den donut oh wie süß der den mampft der mampft immer weiter oh wie süß ich hätte es auch gerne einen donut ich habe heute rotweinkuchen gebacken ist das eine eule ich glaube nicht dass das eine eule ist oder auf dem auto dildo daniel dildo daniel ja namensprogramm es geht geil 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 namensprogramm tobi 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 soll ich nochmal das ist der ist voll süß ich will süß ich will süß oh aquadome mit dem heil da oben dildo daniel ist aus the forest dildo daniel dildo daniel mit thrombosen jonas tobi so tobi das wettkampf shit 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 fuck fuck this shit gang hojochen welches level ich habe keine ahnung Max Payne! Max Payne 3! Hä? Kennst du das nicht? Warte mal! Tobi! Hey! Kein Problem, Alter! Die Rose steht! Guck mal, wie er den Donut mampft, Tobi! Siehst du das, Alter? Guck mal, der Donut, Alter, der wird einfach aufgegessen, ey! So, Tobi, dein Ball! Oh, nice! Oh, oh, oh! Ja, ich hab's geschafft! Ich auch! Oh, Alter, wieder den auch... Du Arschloch! Du bist ein Arschloch! Alter, was passiert mit dem Ball da? Die Avocado! Wie geil, Mann! Aber damit kriegt ihr uns nicht, Leute! Oh ja, oh ja! Oh ja! Alles klar, der fliegt nochmal mit! Und ihm los jetzt! Kein Problem, Tobi! Kein Problem, Tobi! Ja, genau! Alter, was ist mit dir kaputt? Oh! Ey, was ist denn jetzt mit dem, Alter? Auf einmal ist er im 3-Hart-Modus, oder was? 3-Hart! Oh ja, der ist drin, oder was? Ach, fick dich doch! Ach, komm, ey! Was holen die denn für Bälle raus? Was ist bei dem denn los? Ich weiß es nicht, Tobi! Die sind im Tunnel, das ist jetzt auf jeden Fall... Oh, der hat nen Salz, Alter! Der hat nen Salz, teuer! Fick dich! Fick dich, du... Du... Du Deathwalker! Der Undertaker ist wieder da! Okay, Tobi, komm jetzt! Komm jetzt! Nochmal alles reinsetzen in die Waagschale hier! Und wir ne ganz reine Felge haben! Der kriegt immer als erstes den Ball, weil er Deathwalker hat! Kein Stress, kein Stress, kein Stress! Der kommt natürlich auch wieder drauf! Warte, 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 Tobi! Boah! Der ist drin! Zonk! Megalull! Ach komm! Komm, ey, das gibt's doch nicht! Das ist nur der eine Typ, ne? Der denkst du so, das muss ich mal machen, Junge! Passt schon! Hau mal bitte! Hau mal bitte! Hau mal bitte! Alter, ich raste gleich aus! Der kommt natürlich wieder dran! Boah, Alter! Du Dreckssau, du! Du bist ne Dreckssau, bist du! Oh, ne! Ey! 4.1, Tobi, das tut so weh! Wie darfst du... Na, ey, was denn? Der Geister sagt! So, Alter! Warte, den hole ich! Ich hole ihn! Ha! 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 Au! Jetzt, Tobi! Ja! Hm! Ja, natürlich! Ich bin Deathwalker! Und ich hab einfach nichts besseres zu tun! Boah, du bist ein Arschloch, ne! Auf einmal sind die voll da, oder was? Ich töte den jetzt! Boah! Ha! Boah! Ja, ganz toll! Ja, ganz toll! Guck mal, was fährt! Ach, sorry, Mann! Nee, ich hatte auch kein Boost! Boah, ich hatte schon was an der hier im Alter, ne! Der stinkt bestimmt richtig ner Scheiße! Ja, wollte ich auch grad sagen, alter, man riecht bis hier, Mann! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Jetzt, jetzt! Oh, der kackt doch grad wieder frisch live! Warte mal, Tobi, warte mal, Tobi! Jetzt! 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 Ja, Deathwalker, Curry, da kannst du nichts machen! Nein, Deathwalker! Äh! Ey! Komm, Walter, ich würd ihm so das... Ich würd ihm den Kiefer gerne brechen! Lass ihn mal rausreißen! Ist nicht doch mal! Tobi, noch ist genug Zeit, ey! Ach, leck mich doch am Arsch, ey! Tobi, ganz ruhig, sag ich mal! Ja, was schmackt nochmal! Alles klar, Alter! Oh, ich komm nicht hin! Ja, Death... Ja, komm weg! Mach doch, äh! Der stinkt doch richtig nach Scheiße! Aber so ein unangenehmer Scheißgeruch, weißt du? Als wenn er schon fünf Monate in der Hose drin ist! Ah, so trocken! Au, au, au! Jetzt kommt, Tobi! Jawoll! Hä? Ne, also das finde ich jetzt auch nicht mehr lustig! Ja, komm! Es ist... Ey, guck mal! Die sind überall schon wieder! Nice, Curry! Letzter lag jetzt los! Du regst auf, Junge! Aber egal, man muss... Kann ja nicht immer gewinnen, ne? Wie die heißen, Alter! Fein-Gay-Humor-League, Alter! Lustig, ey! Lustig! Ihr dreckigen, kleinen, verpinkelten Kackspasten! Ihr stinkt nach Scheiße! Ach, Mann, ey! Ja, egal! Da muss man halt drüber hinwegsehen! Das ist halt so! Kannst du nix machen! Blöd gelaufen! So, Tobi! Oh, ne! Das sind die ja schon wieder! Ja, jetzt ficken wir die! Okay, jetzt ficken wir die, Alter! Tobi, das sagt dann meint der dann ernst, Leute! Das ist soweit! Oh, ja! Ja, natürlich! Sicher! Und 1-0! Zack, zack! Ach, komm! Letzt mich doch! Ey, ich hab' alles versucht, Junge! Alles hab' ich versucht! Und dann hat Tobi auch alles versucht, ey! Ich dachte, ich fahr' drunter durch, so weißt du! Deiner, Tobi! Komm! Komm, Tobi! Oh, ja! Oh, der ist drin! Ja, genau, ey! Doch! Komm, komm mal genau hin! Der ist nicht drin! Oh, nice, Tobi, Alter! Geil, Alter! Geil, Alter! Ich geh' gleich ins Bett! Ich geh' gleich ins Bett! Ich geh' gleich ins Bett! Ey, warte mal! Jetzt mach' mal keinen Scheiß! Ey, Tobi! Das war gefährlich! Das ist gefährlich! Ich weiß! Weiß! Hallo, Tobi! Wir müssen kurz in uns gehen! Geh' mal drauf da, Tobi! Nein, 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 nein! Alter, vier machst du jetzt nicht! Das machen wir nicht! Auf das Niveau lassen wir uns... Ach, ich mach' den nicht! Oh mein Gott! Alter, das war ein Safe-Goal! Das war ein leeres Tor! Lass uns auf das Niveau nicht runter, Tobi! Wir müssen daran denken! Wir schauen immer noch Kinder zu, ja! Ja! Weg damit! Tobi! Wir müssen uns ein bisschen einfach konzentrieren! Weißt du? Wir müssen uns konzentrieren! Dann können wir auch den hier machen! Dann können wir da vielleicht ein Tor machen! Ja! Nice! Siehste, Tobi! Und dann sind wir auch ganz schnell wieder im Spiel drin! So! Der Donut wird kurz aufgegessen! Der Motivations-Donut! Und dann können wir die nochmal mit Scheiße zuspritzen! Ja! Ja! Wir müssen jetzt einfach nur... Wir müssen einfach nur... Äh... Ähm... Wollen! Manni, Ludolf hätte es auch gewollt! So! Jetzt ist nämlich Fokus angesagt! Ja, kein Problem, Tobi! Alles gut! Alles gut, Tobi! Ganz gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles entspannt! Wir sind uns nur... Ja, ja! Lass uns mal machen! Das ist kein Problem! Der geht nicht! Alles gut, Tobi! Weißt du? Und jetzt gehst du dran! Genau! Wunderbar! Dann kommt der einmal gegen die Wand! Jawoll! Das ist doch der Tobi! Den ich kenne! Ja! Genau! Er wird sich durchgesetzt! Ganz einfach! Jawoll! Jetzt ist er doch da hier! Jawoll! Jetzt sind sie selber für uns im Team! Weißt du? Schön! Genug Zeit! Genug Zeit! Jawoll, Tobi! Super! Nee, du brauchst mich jetzt hier auch gar nicht zerstören! Er kommt schon wieder aus dem Nichts, Alter! Und ist einfach da! Ja! Ich bin auch da, Tobi! Kein Problem, Mann! Wir sind ein Team! Ganz ruhig, Tobi! Das passiert in Rocket League, okay? Nee, lass mal sein jetzt da, ne? Brauchen wir mich jetzt auch nicht kaputt machen! Ich kann das Tor nicht machen, weil ich, äh, gerade ein bisschen zu hektisch war! Boah, Alter! Vorsicht, Tobi! Das ist, äh, 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 äh! Pass mal auf jetzt, Tobi! Guck mal jetzt hier! Vorsicht, Tobi! Das ist, äh, gefährlich! Ja, Tobi! Jetzt geht's los! Komm, ein Tor, dann ist alles wieder drin hier! Ja, Deathwalker! Dieses elende Mistkind, Alter! Alles gut! Jawoll! Guck dir das doch mal an, Tobi! Äh, geht halt nicht mal rein! Bei Deathwalker wäre doch schon nicht reingeflogen! Das sind Zeichen, Mann! Das sind Zeichen, weißt du? Und jetzt... Oh, nein! Weg damit! Ganz einfach! Hör doch mal auf zu ruckeln da jetzt die ganze Zeit, Mensch! Ja, das ist einfach nur Motivationsruckler, okay? Das ist nicht das Spiel, Tobi! Das ist nur, weil du dich aufregst! Ja, Tobi! Genau! Da wird gedribbelt! Er ist schon wieder da! Er hat auch schon wieder Boost! Ein Tor und alles ist wieder drin! Jawoll! Oh, Tobi! Ja! Auch das gehört dazu! Bestes Matchmaking ever! Wir verlieren einmal in fünf Spielen und dann müssen wir natürlich gleich zweimal gegen die Patzen! Könnt's noch schaffen! Mann, ey! Das ist nicht zu glauben! Was für Arschkinder, was für Stinkende! Warte, Tobi! Ein Tor und dann ist alles wieder drin! Warte mal jetzt! Ja, er ist wieder... Wir haben euch! Mh! 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 Wir haben aber auch ein Glück! Ja, das ist halt echt wahr! Wir werden gleich ein neues Match einfach suchen und dann, äh... Dann ist halt so, weißt du? Dann... Die können halt dann gewinnen in ihren anderen Matches und dann... Dann sind wir halt glücklich! Guck mal! Er ist wieder früher am Ball! Mann, ey! Ja! Allein dafür müsste man die schon melden! Das war die